Ich bin zu dieser Ausbildung gekommen, indem ich vor einigen Jahren ein Praktikum bei der BKK24 gemacht habe und es mir super gefallen hat und deswegen bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich hier auch die Ausbildung beginnen möchte. Mein Name ist Simona De Lanner, ich mache die Ausbildung zur Sozialversicherungsvorhangestellten bei der BKK24. Die Ausbildung bei der BKK24 läuft so ab, dass wir während diesen drei Jahren natürlich nicht nur im Betrieb sind, sondern auch in der Akademie und in der Berufsschule. Das kann man sich so vorstellen, wir haben sechs Blöcke Berufsschule in Hannover und jeweils acht Blöcke Akademie in Rotenburg an der Fulda. An der Ausbildung gefällt mir besonders, dass wir hier relativ flexibel sind. Erstmal haben wir hier Gleitzeit, dass dann auf jeden Fall, dass die Ausbildung an sich sehr abwechslungsreich ist. Man könnte jetzt denken, Sozialversicherungsvorhangestellte ist sehr trocken, aber dadurch, dass man Berufsschule, Akademie und im Betrieb ist, ist es super abwechslungsreich und macht auch sehr viel Spaß. Zu meinen Aufgabenbereichen gehören zum einen einmal Kundenberaten, Berechnungen durchführen und ganz wichtig, das Arbeiten mit dem Sozialgesetzbuch. Am Kundenkontakt gefällt mir sehr gut, dass ich Menschen helfen kann, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, wenn ich gut beraten habe und kompetent natürlich auch. Das Betriebsklima bei der BKK24 ist super entspannt, super angenehm. Ich freue mich immer wieder, wenn ich in verschiedene Büros reingehen kann und immer ein Lächeln mir zukommt. Die BKK24 bietet einmal die Möglichkeit, jeden Mittag unten in unserer Kantine das Länger-Besser-Leben Mittagessen zum Beispiel zu essen und das machen wir jeden Mittag mit meinen Kolleginnen. Ich mache jeden Montag hier Sport bei der BKK24, weil es mir angeboten wird von meinem Arbeitgeber. Das nutze ich natürlich gerne aus, weil ich natürlich auch im Büro sitze den ganzen Tag und dann natürlich auch mich bewegen möchte. Für mich steht fest, dass ich nach der Ausbildung auf jeden Fall hier bei der BKK24 weiter arbeiten möchte. Für mich steht fest, dass ich nach der Ausbildung auf jeden Fall bin.